Was geht ab, Leute? Euer Frepsys hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute werden wir uns auf jeden Fall wieder den neuen Teaser anschauen zu der Season 7. Außerdem schneit es mittlerweile in Fortnite und ich werde euch darüber informieren, was da draußen in der Wildnis so abgeht. Ich würde aber sagen, bevor wir zum Video kommen, Leute, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, was mega geil wäre, wenn wir bis Ende des Jahres noch die 500k erreichen würden. Das wäre auf jeden Fall bombastisch geil von euch da draußen. Und Leute, was ich auch noch sagen kann, gebt gerne meinen Creator-Code ein, FRPZ-YT. Dort wird es am 23. ein mega geiles Gewinnspiel geben, aber dazu nähere Informationen, wenn das Gewinnspiel von heute noch aufgelöst wird. Also ich werde das Ganze heute hochladen. Das ist das ganze Gewinnspiel. Hier sind schon mal die ein oder anderen Gewinner. Ich bin halt gerade noch am Auslosen. Das dauert auf jeden Fall ein bisschen. Also bitte nicht wundern, wenn das Video heute ein bisschen später online kommt. Aber schauen wir uns doch mal den Teaser an. Der Teaser sollte normalerweise schon da sein, da wir schon 16.32 Uhr haben. Es kommt immer um 30 Uhr nach. Davor, Leute, ganz kurze Informationen für euch. Und zwar können wir hier an diesem Bild etwas Krasses erkennen, was mir gestern eigentlich nicht so aufgefallen ist. Und zwar soll das hier mit rund irgendjemand sein, der ja im Schloss ist, ganz hinten bei dieser Schneewolke. Und dort ist ja so ein Schloss und der soll der Inhaber dieses Schloss sein. Der soll ja auferstehen. By the way, was ihr wissen solltet, das sind nur die Umrandungen von dem Charakter. So wird der Charakter natürlich nicht aussehen. Das heißt, sie spoilern uns noch nicht, wie genau das Ganze hier ausschaut. Außerdem ist mir heute was Neues aufgefallen. Und zwar, Leute, hier unten haben wir so einen kleinen Skifahrer. Und das könnte eventuell heißen, dass jetzt demnächst die Skiskins auf uns zukommen. Oder wir werden irgendwelche coolen Items bekommen, wo wir ingame einfach Skifahren können. Oder es heißt, dass einfach Schnee kommen wird. Da es aber in Fortnite bereits schon schneit, heißt es für uns, dass wirklich Schnee liegen könnte. Und wir eventuell auch wirklich Skifahren können. Doch ihr fragt euch jetzt sicherlich, Herrdigger Fraps, wo liegt denn Schnee? Beziehungsweise, wo schneit es denn? Habe ich irgendwas verpasst? Das werde ich euch auf jeden Fall auch gleich zeigen, Leute. Aber davor schauen wir uns jetzt erstmal den neuen Teaser an. 16.30 Uhr. Das ist auch gestern 16.30 Uhr erschienen, soweit ich weiß. So, schauen wir mal rein. Ja gut, hier steht 7.33 Uhr, aber das kam auf jeden Fall so um diese Uhrzeit. Heute, was ist denn das jetzt? Ähm, äh, hallo? Ähm, ja, Leute. Was ist denn das? Was ist denn das, Digga? What the fuck? Leute, ich bin verwehrt. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Digga, was ist das? LOL, Frost Knight, Leute. Was ist denn das? Oh! Oh mein Gott, Leute. What the fuck? Oh mein Gott, Leute. Also, auf jeden Fall, Leute, es wird Schnee liegen. So, das ist schon mal bestätigt, okay? Was mich jetzt wundert, wir machen mal hier ganz kurz Pause. Das sieht nicht mehr so aus, wie die ganz normale Fortnite-Map, die wir kennen. Es könnte eventuell sein, dass eine neue Map kommen wird, weil diese Schneeberge und so existieren normalerweise gar nicht. Aber was mir auch aufgefallen ist, Leute, das sind die neuen Weihnachts-Loot-Drops. Die sehen meiner Meinung nach schon mal richtig geil aus. Im Hintergrund könnt ihr es gerade noch einmal sehen. Da hinten ist das eine. Sieht doch fresh aus, Digga. What the fuck? Okay, vielleicht sehen wir hier irgendwo... Ah, genau. Guck mal, da kommt gerade eins runter. Sieht schon geil aus. Müssen wir schon ehrlich sein. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal weiter an. Schnee hier, Schnee da. Da ist ein Weihnachtsbaum auf jeden Fall. Was gibt es noch hier in dem Trailer? Und das, Digga? Das höre ich mir jetzt mal an. Okay. Was ist denn das, Digga? Hört sich böse an. Ich traue denen nicht. Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Also auf jeden Fall... Erstmal, wo ist der Teaser, ne? Also das ist schon... Also der Teaser ist nicht da. So viel wissen wir. Dann Frost Knight. Das ist schon echt lecker. Das kommt hier irgendwo. Also Frost Knight. So wird das Event höchstwahrscheinlich heißen. Also geil. Also Real Talk jetzt, ne? Das sieht brutal aus. So wie das gemacht wurde. Auch so Schnee und so gefällt mir. Was sehen wir hier? Ah ja, guck mal. Da hinten ist der Weihnachtsbaum. Also scheint doch cool zu sein. Loot Drops gefallen mir übelst. Also Loot Drops in Rette die Welt, ne? Also das ist auch... Da kommen so Crafting-Items und so raus. Richtig geiler Scheiß. Ohne Witz. Weihnachtsbäume. Aber die Map sieht wirklich komplett anders aus. No Joke. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie eventuell eine neue Map ankündigen. Hier ist auch noch ein Weihnachtsbaum. Alter, sieht schon fresh aus. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass es der letzte Teaser war. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So Freunde. Ich habe auf jeden Fall hier schon mal eine ganz kleine Theorie. Denn das Ganze wurde 33 nach. Genauso wie gestern. Das wurde auch 33 nach gepostet. Und sie wussten, jeder wartet auf den neuen Teaser. Es könnte eventuell sein, dass das Ganze abgestimmt war. By the way, wir sehen hier gerade den Creator-Support-Dingsbums. Das Ganze wurde verlängert, Leute. Creator-Support ist jetzt unendlich. Das heißt, es geht nicht mehr bis zum 31. Dezember. Sondern es ist für immer. Und falls ihr mich supporten möchtet. Hey Leute, euch fällt kein Daumen oder so ab. Gebt gerne meinen Creator-Code ein. FRPZ-YT. Wie gesagt, am 23.12. wird es eine dicke Verlosung für die ganzen Leute geben, die meinen Creator-Code eingegeben haben. Aber dafür werde ich nochmal ein separates Video machen. Wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ich denke mal, dass heute der eigentliche Teaser, wir aktualisieren mal die Seite nochmal neu. Der eigentliche Teaser war heute, denke ich jetzt mal, dieses Video hier. Denn dort wurde sozusagen indirekt angekündigt, wie das Event heißt. Frost Night. Dann ist es noch so, dass sie gezeigt haben, wie der Schnee ausschaut, Leute. Und es wurde nochmal gezeigt, wie die Loot-Drops ausschauen. Deswegen kann ich mir wirklich vorstellen, dass das kein Zufall ist. Und hier, als dieser Song hier kam, den sie ja da zusammen komponieren, das hört sich recht böse an. Das hört ihr ja selber im Hintergrund, Leute. Das hört sich richtig böse an. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass hier auch irgendwas Böses auf uns zukommen wird. Guck mal, das hört sich richtig böse an. Hier, vor allem dieser Part. Wie, wenn etwas richtig Böses auf uns zukommt. Und ich denke mal, das war der eigentliche Teaser von heute. Also Frost Night, dass Schnee auf jeden Fall kommen wird. Und allgemein, so die ganzen Sachen hier. Finde ich mega cool, dass sie das so jetzt umgesetzt haben. Sieht auch echt wirklich cool aus. Und Leute, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wir eventuell eine neue Map erhalten werden. Weil, wie ich bereits schon sagte, diese Berge im Hintergrund gibt es normalerweise so nicht. Aber ihr wisst auch, Leute, dass Rettet die Welt und Battle Royale natürlich ein bisschen getrennt sind. Und ihr müsst bedenken, es könnte eventuell ein Teaser auch heute gewesen sein. Das Ganze, was ingame passiert ist. Und da würde ich mal switchen, einfach mal auf die Konsole, also auf das Gameplay, Leute, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. So, Leute, und zwar ist es so, wenn ihr wirklich in eine Runde reingeht, in Solo, egal wo, spielt wirklich gar keine Rolle. Dann werdet ihr schnell erkennen, dass es ingame schneit. Und ich denke mal, dass genau das der Teaser von heute ist. Es könnte eventuell sein, dass sie uns damit sagen möchten, dass es auf jeden Fall Schnee geben wird. Und es schneit, Leute. Das ist einfach ganz simpel. Das werdet ihr jetzt auch gleich ingame sehen. Ihr müsst das Ganze nämlich auf der Startinsel beobachten. Das Ganze funktioniert nur auf der Startinsel. Und die Schneefunktion gibt es nur auf der Startinsel. Das heißt, wenn es schneit, dann schneit es nur auf der Startinsel. Weil, ihr müsst auch bedenken, Leute, die Frostwolke ist ja ganz nah an der Startinsel. Und ihr seht selber, schaut hin, Leute. Es schneit hier gerade. Seht ihr das? Also, es ist realer Schnee. Das ist kein Scam. Das ist kein Effekt, der hinzugefügt worden ist. Nein, ist es nicht. Und, Leute, diese Schneewolke da hinten, also diese Frostwolke, die ist übertrieben nah gekommen. Das werden wir uns auch nochmal gleich anschauen. Ich hole mir jetzt ein bisschen Material. So, zack, hoch damit. So, Leute, die ist übertrieben nah gekommen. Und ich denke mal, deswegen schneit es hier. Ihr werdet jetzt sehen, wenn wir jetzt in den Battlebus hüpfen, dann wird es nicht mehr schneiden. So, ihr seht, Leute, es schneit nicht mehr. Einfach aus dem Grund, weil die Schneewolke, beziehungsweise diese Frostwolke dort hinten, die ist einfach viel näher an der Startinsel. Und das ist, denke ich mal, der Teaser von heute gewesen, dass es halt dort einfach schneit. Und hier drüben schneit es eben nicht. Und ich muss ehrlich sein, ich finde es schon cool, Leute, dass auf jeden Fall Schnee kommen wird. Das haben wir auch einfach durch die Welt gesehen. Das wird, das ist so eine kleine Bestätigung, wie soll ich euch sagen. Außerdem ist es so, wenn wir jetzt hier in der Luft sind, müsst ihr mal wirklich darauf achten. Ab und an kommen hier so komische Geräusche. Das hört ihr vielleicht gerade hier im Hintergrund, Leute. Das kommt ab und zu einfach mal so, so komische Geräusche. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht nachmachen, aber ihr müsst mal wirklich hinhören. Das sind so komische Geräusche, die einfach entstehen. Das könnt ihr eventuell darauf hinausschließen, dass, keine Ahnung, vielleicht so ein Raumschiff kommt, das komische Sachen mit sich bringt oder, oder, oder. Auf jeden Fall ist es schon mal recht interessant. Und ja, was es noch zu sagen gibt, gibt es eigentlich nicht mehr. Das war es soweit, weil alle Informationen habt ihr jetzt hier in dem Video erfahren. Alles, was neu reingekommen ist, der Schnee, dann allgemein jetzt die Frostwolke ist ein bisschen näher. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört, Leute? Das war wieder so ein Geräusch. Ich werde jetzt mal meinen Sound ein bisschen höher stellen und dann werdet ihr eventuell diesen Effekt ein bisschen besser hören. So, wir hören uns das Ganze jetzt mal an. Das ist so ein Flugzeuggeräusch, wie wenn es vorbeifliegt, Leute. Ihr müsst gleich darauf achten. Kommt gleich. Habt ihr es gehört, Leute? Habt ihr es gehört? Es ist ein Flugzeug oder sowas, was die ganze Zeit hin und her fliegt oder so. Keine Ahnung. Das ist auch kein Zonengeräusch. Das ist immer so. Das ist immer in jeder Runde so. Und das ist erst so, Leute, seitdem es hier auf der Startinsel geschneit hat. Deswegen echt interessant. Also ich denke auf jeden Fall, dass da schon die ein oder anderen coolen Sachen auf uns zukommen. Es wird super spannend, Leute. Ich werde euch auf jeden Fall darüber informieren in einem separaten Video. Morgen, morgen wird es den allerletzten Teaser geben, vor der letzten, äh, vor der neuen Season. Und ja, dann würde ich aber sagen, das soll es mit dem Video gewesen sein. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ich würde mich dann hier an der Stelle verabschieden und wünsche euch einen angenehmen Tag. Leute, haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Frips. Ciao. 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 Ciao.